Hallo, mein Name ist DanielP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Bro Force mit 50% viel Geballere und 50% echte Kerle. Ja, geil. Jetzt war da mein ersten Part begonnen, haben gemerkt, was für eine tiefgründige Story das Spiel mit sich hält. Ach ja, stimmt. Gucken wir mal, mein Level. Ja, schade. Und ja, dieser äußerst komplexe Story, die beinhaltet, dass wir alles töten, was uns in den Weg kommt, macht wir ja weiter. Ob uns das Nein legt? Okay, legt da nicht mehr in die Richtung. Wir müssen natürlich noch unsere Bros retten. Ich weiß nicht, wie die sich gefangen hießen überhaupt. Aber okay, wir müssen sie auch retten. Zum Beispiel Enia. Wer ist das? Alter. Alter. Gut, danke. Paar Tode haben wir schon auf dem Konto. In der letzten Folge muss er natürlich nicht weitergehen. So kann ich immer wieder neue Konto haben, wenn ich meinen Bro wechsle. Ah, komm schon. Komm schon. Muss wahrscheinlich noch nicht mal da runter. Nein. Äh, äh. Okay, ich kann den Finger runter. Ohohohohohohoho, der ist perfekt. Einfach, dass ich nur das Eis kopfdurchschießen. Das ist genau mein Genre. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre überhaupt nennt. Ja, Jump'n'Run, Shooter, Sidescroller, irgendwie so. Ich hab noch nie solche Spiele gespielt, hab ich gesagt. Wenn ich mich so recht erinnere. Also nicht mal, ob es irgendwann bringt, die ganzen Leute zu töten. Aber ich mach ihn einfach. Vielleicht gibt's ja irgendwie Punkte oder so. Nein, beinahe gekochen. Wie ich einfach so den Boden wegbrenne. Boah, Amerika. Wie von voller Farben immer so umschalten. Oh, ja, weiß. Äh, eine Rettung. Okay, dann können wir wieder Bro freischalten. Ich wundere mich mal, welches Gesicht ist das. Stimmt ja. Hauptsache unser. Ich hab mich selbst in der Luft gehalten. Ja, die wird zerquetscht, meine ich. Nein. Was? Ziersuchend? Ich bin aus Gesetz, Mann. Du. Oh. Okay. Ressalt ist halt Snake. Nein. Ich bin jemand anders. Ich glaube, ich könnte hier nur Spielkreise auch hochkommen. Ich bin nur Action-Laden aus Filmen und Serien. Irgendwelche Schleif-Sachen. Das war Min. Nein. Ich kann ihn wegschließen, aber wo soll ich? Nein. Ich steck zu laufen. Jetzt bin ich Mando. 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 Jetzt bin ich Mando. Mando. Ich bin der Beste. Bei Raketen. Wenn uns Bienen in den Weg kommen, dann sprengen wir sie einfach weg. Hab das? Irgendwann jetzt wegsprengen. Ich mach jetzt jetzt einen Weg wegschießen. Wenn das nicht klappt, weiter schießen. Super, aber... Immer daran denken. Wenn Gewalt nicht alle Probleme lässt, dann setzt es noch mehr Gewalt ein. Nein! Nein! Wenn eure Eltern oder sonst wer irgendwie fragt, woher ihr ihr ertappt, dann sagt ihr nicht, dass ihr ihr von irgendjemandem aus dem Internet ertappt. Wenn ihr ein paar Videos über ein Spiel macht, dann geht alles weg zu ballern. Das ist eine schwere Gruppe. Was ist das? Das hat sehr viel mehr Zerstörung angerichtet, als ich gerechnet hatte. Sehr gut. Warte, ich will das mal anziehen. Was ist das? Und das ist ja auch noch etwas. Ich glaube. Das geht, ne? Da nehmen sich auch noch etwas. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ist auch noch etwas. Gegner töten. Muss ich töten. Oh Gott. Ich weiß nicht, was los ist, aber es funktioniert. Explosion erscheinen. Also muss es ja gut sein, ne? Oh, was? Oh Gott. Ich habe diesen Dings, diesen Knose... ...dingen hier benutzt, ne? Schon so lange, dass ich... Oh Gott. bei den Black gespielt habe. ...gespielt. Oh Gott. Oh Gott. Da ist was runtergefallen. Hm. Was? Was? Ich habe gerade einen... Totan? Totan? Ja, aus dem habe ich eine Bombe gebrochen. Ach, das Kreis müsste ich zum Zügen. Neulich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kampfsgebiet. Tote und Explosion nach dem Boden bilden. Okay. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Pfff. Ich habe mich drauf gelandet, ehrlich. Oh Gott. Sehr übertriebener Molotov-Kontell. Warum sind die in den Vorten so stark? So, ich bin ein... ...durch. 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 Sch practicing music. Also können Sie achten mal greifen. Nein. Derser. Der ist irgendwie überlebt. Gut... Ah, nein! Dann kommt jeder wieder so einen Einzuschuss! Oh mich kaputt... Das ist doch nicht wahr! Verdammt. Ruiminator!! Sehr schön. Oh Gott! Er hat vorhin einen Rückstoß gehabt. Oh Mann, ehrlich. Was ist das? Nein! Nein, nein, nein! Hier, frisst das rein! Was ist das? Excellent! Nein! Dann kommt wieder noch einen Schuss! Das gibt's doch einfach nicht! Nein! Ich hab auch hier so einen Rückstoß! Ich komm nicht voran! Ich weiß was was! Was ist das? Ausgezeichnet! Sie wären als Spieler noch schwer gewesen! Alter! Warum tue ich soweit? Ah! Hochfliegen! Oh Gott! Warum tue ich denn soweit hochfliegen? Ja! Warte! Sehr gut! Sehr gut! Save me! Wir konnten diesen Bros-Mode gefangen! Ehrlich! Wie du bannst auf meinen Bros! Gibt's doch nicht! Niemand bann auf meine Bros! Ich lese auf Granaten! Äh, Explosionen! Bitte! Ausgezeichnet! Genauer Kästspur! Jawohl! Äh, das fällt runter, oder? Das fällt irgendwo durch! Das fällt nicht runter, ok! Ich bin da wieder hochverhandt! Das war jetzt aber! Danke! Pristatt! 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 So wie das jetzt ist, muss ich noch schräger sein! Auch ein Boss! Hilfe! Warte, für Gott! Ich war nicht gegen die Wand dran. Wo bist du denn? Komm her! Ach, mein R2 kann man ausschießen. Ah, ich kriege das Ding jetzt wieder zurück. Okay, ich bin nicht zurück. Wann doch ein Leuchten. Ja, der ist natürlich nicht so gut. Oder doch. Ich glaube, der war sehr gut. Ich bin gestorben. Oh, mein Dieb ist jetzt nicht. Aber ich kann jetzt mal alles hier töten. Das sind alles Echtzeits hier. Ja, ich habe hier solche, die gerade gestern. Ausgezeichnet. So, das haben wir geschafft. Und was ist das hier? Okay, machen wir erstmal die ganzen Sachen hier weiter. Das hier ist Astotzka. Das heißt, es sei tatsächlich ein Land. Packen wir es an. Okay. Das ist eine relativ große Weltkarte. Ja, vielleicht fehlt das Spiel doch ein bisschen länger. Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall einen ganzen Haufen Parts schon mal auf. Ich weiß nicht. Hochladen man mir ja so, wenn ich so Lust drauf habe. Oder wenn ich zu wenig Parts von Fallout habe, Stürz 2 von Fallout immer hochladen. Ah ja, du. Oh, ich möchte da lang. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Und er, er 2. Sahne. Shh değillie! Wie ich immer in so einen einzelnen Schuss reinspringen mir Casperさをあげてください. Die gehen immer noch einen Schuss ab. Einen Schuss und was mach ich das? Ich schieße mit Raketenwerfen und was weiß ich nur so alles raus. Das macht keinen Sinn. Ok, ich tue nicht zielen. Nein! Hartwig. Nu! Die Tür ist zurück. Wenn die Türen retten euch. Dann schieße ich noch mal ein bisschen langsam. Weltschnellen tun ja nichts hier. Ich tue einfach nur ballern. Und fertig. Ich habe hier schon mal einen Rambo-Film gesehen, wo Rambo impliziert. Der schießt einfach nur blöder und trifft alles. Genau so läuft das Spiel jetzt auch ab. Oh ja. Nix. Ich habe wegsprungen. Ja. Ja. Pfff. Ich nehme ihn rein. Dankeschön. Ich habe sie auch getötet. Sehr gut. Genau das war mein Plan. Das war von Anfang an mein Plan. Ja. Was ist das? Oh. 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 Es gibt Zeit. Ich kann noch mehr Beschüsse abgeben. Ok. Wenn du für Granaten muss ich auch mal ausprobieren. Ok. Was? Okay. Ok. 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 manche Charaktere sind ja so ein paar kleine Softies hier, die wie ich hier spiele wir noch nie irgendwie Tiere da bin ich nicht runter ich sollte vielleicht den Nahkampfangriff mal ausprobieren zum Beispiel der Nahkampfangriff vom Blade Ziel Ziel Amerika Power in das Thema gut schön Außergezeichnete wow was das ist ein Bro ich glaube ich habe einen Weg der 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 Er geht nur Kopf los. Es fliegt auch schon da gut. Komm her, wir sind einfacher. Warte mal, mein Bro warte noch nicht. Warte mal, ich kann hier. Warte mal, mein Gott. Warte mal, mein Gott. Ja, dachte ich hätte Robo-Card, wenn ich eher so zielen kann. Gleicher Angriff? Verdammt. Ja, oder so. Okay, so ein Taser oder was? Okay. Ja. Da dann. Ja, aber vorher hat Antrieb. Ja, fliegt mit ihm zum Ohren. Ich kann Messer werfen, okay. Sein Nahkampfangriff ist mit Messer aufwerfen. Ich schlech mich da nie aus. Amerika! Ding, 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 go, go, nein, Quatsch. Sehr schön. Fünf Werdetungen, okay. Ich habe aber keine ATP für dieses Spiel, ne? Noch einmal ja. Auf. Sehr gut. Wie noch getötet. Meine Güte. Ah, die Gesichter immer, wenn wir die Ball haben. Ah, dann schon. Hey. Alter, mein Bro. Ich komme. Ich spreche schon viele Bände weg, um mich zu erreichen. Auf. Viel zu viel Overkill, als es mal geplant ist. Oh ghost. Oh ghost. Ich liebe es. Du. Weg. Weg. Und ihr. Weg. Weg. Gibt's aus, als kennst du. Ja. Gibt's aus, als könntest du was. Und da hätte ich weiter angewärten. oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott das ist ja immer noch das ist ja immer noch das ist ja immer noch ein bisschen so wie Minecraft nur mit Waffen Schutzwaffen das geht das geht ich meine ich kann ja auch alles wegmachen da kommt noch einer, der hat noch mal auf die letzte oder so wie viele waren das jetzt? hab ich es nicht gesehen, zwei oder drei Rettung jedenfalls 3, 2, 1 Bro 3, 2, nein nochmal 3, 2, 1 Bro wow nein das ist ja immer so ein Schuss nicht mit meinen 10 Millionen Schuss da kommt immer so ein Schuss da durch wo kommen die überhaupt? auf der ich sehe überhaupt jemanden der da schießt so mein Herren ich bin da ich bin sicherer da kann ich mich da dranhängen ja nein das ist ja ich bin ich bin das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Komm, mein Bro, ich rette dich. Gehen wir mal nicht durch, obwohl das Gegner ist immer tot. Da ich sowas von präventiv schlagmäßig ausgelegt habe, das Spiel. Das Spiel ist eher schwer, wenn die Gegner einen sehen. Wenn die so ein Ausbezeichner haben. Ich hab ne Weitsche. Natürlich. Oh, okay. Ja, ich komm, komm ich an den Wänden besser. Oh nein. Ich mach da keinen Schaden. Okay. Aber ich hab erhöhte Mobilität. Oh, oh. Oh, von da auf. Oh. Ich komm ja strategisch an die Randpirschen, aber... da zum Blinken haben wir nicht. Die Leiche. So, genau. Da. Wir wollten auch abschießen. Da geht's noch. ich dachte, er geht in die andere Seite, in die andere Richtung oh, hi bist du tot? schon ah, alles heute steht es dir ein, wie komme ich da hin? ich weiß nicht, ich töte ich dachte, du jetzt mal alleine, ja, wollte schon sagen das wird gut ich glaube, das wird schon irgendwie oh, gut, ist die letzte Level gut Terror Cannon Terror Cannon Taken Terrorism to New Hyades ich schieße mit Terroristen oder was irgendwie darf ich das jetzt verstehen bevor du irgendwas machst hier ich bin schon getötet ich hab da keinen Schuss drauf gegeben das ist eine tolle Terror Cannon aber alles war gut und dann kann es jetzt überenden ah, der der schießt ja mich da noch nur eisig der Tod, oh, der Typ der NPC hat mich noch kaputt geschossen wie kriegt die Griefe Terror Anzeige, okay dann würde ich sagen ich bin dem Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Ich glaube, alle herzlich zu schauen und sagen Tschüss